Was bedeutet La Familia? Das heißt, zusammenkommen und gemeinsam in den Tag zu starten. Familie, das heißt, unsere Stärken zu schützen. Und füreinander eine Schwäche zu haben. Es bedeutet auch, mal für sich sein zu dürfen. In der Familie wissen wir, was der andere will. Zusammen ergänzen wir uns, um später wieder zu teilen sogar die beste, beste Pizza. Wir sind füreinander da und lassen es uns so richtig gut gehen. Man ist vielleicht nicht immer einer Meinung, aber findet trotzdem einen gemeinsamen Weg. Zusammen wollen wir feiern und erleben große und kleine Momente. In unserer Familie ist jeder anders. Aber wir gehören zusammen. Denn wir sind La Familia Losteria Pizza & Pasta